Der Samsung Galaxy S24 Ultra ist vielleicht zur Zeit das beliebteste Smartphone, denn die Vorbestellaktion spricht für sich. Doch was sind denn eigentlich die besten Alternativen? In diesem Video gibt es insgesamt 7 Vorschläge von mir, bei denen du bares Geld sparen kannst. Falls du trotzdem das S24 Ultra gewinnen möchtest, schau dir gerne dieses Video an, denn zur Zeit verlose ich dieses Smartphone auf meinem YouTube-Kanal. Bevor wir aber zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, los geht's. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Samsung Galaxy S24 ist definitiv ein Top-Smartphone. Ich bin gerade im Langzeittest des Ganzen, dazu werdet ihr aber auch hier auf meinem YouTube-Kanal definitiv ein Video bekommen. Deshalb abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Genauso bekommt ihr zu allen 7 Vorschlägen, die ich mache, auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video. Also schaut euch das Ganze dann gerne ein bisschen detailreicher an, falls es euch an dieser Stelle zu kurz gewesen ist. Wovor wir zu viel Zeit verlieren, würde ich aber sagen, los geht's. Beginnen wir mit dem S23 Ultra, denn es ist der Vorgänger des S24 Ultra. Logischerweise steckt er schon in der Zahl. Und ich habe dazu ja auch schon so ein bisschen erklärt, dass die Unterschiede zwischen den beiden Geräten gar nicht mal so groß sind. Und in dem einen oder anderen Detail ist sogar das S23 Ultra besser. Ihr könnt darüber hinaus auch einiges an Geld sparen, denn mit um circa die 1000 Euro könnt ihr hier schon einen echten Schnapper machen. Denn das S23 Ultra ist immer noch ein Top-Gerät mit einer echt guten Akkulaufzeit, mit einer tollen Performance. Das Display ist für mich noch so ein bisschen zu dunkel im Vergleich zum Nachfolger. Aber es hat doch die abgerundeten Kanten, was viele von euch da draußen mögen. Und ihr habt noch den Original 10-fach optischen Zoom. Also das sind definitiv Dinge, die interessant sind. Wenn ihr sagt, ihr möchtet Geld sparen, trotzdem ein Samsung-Gerät, seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das nächste Smartphone fliegt definitiv unter dem Radar. Für mich war es aber das beste Smartphone im Jahr 2023, weil es genau unter dem Radar geflogen ist. Und der einzige Fehler an diesem Smartphone ist der zu hohe Preis. Das hat sich mittlerweile geändert und vielleicht wissen es die meisten von euch, die Rede ist vom Honor Magic 5 Pro. In China haben wir zwar schon den Nachfolger released und auch bei uns wird das jetzt bald passieren. Trotzdem kann man über das Magic 5 Pro definitiv nur gute Worte verlieren. Dazu gehört auch hier, dass ihr einen hundertfachen Zoom habt. Den Snapdragon 8 Gen 2 mit einer echt guten Performance. Einen sehr großen Akku, der für eine verdammt lange Akkulaufzeit sorgt. Ein echt schönes, helles und auch sehr gut kontrastreiches Display. Also irgendwie finde ich, hat dieses Smartphone so viel richtig gemacht und hätte viel mehr Anerkennung verdient. Was dem einen oder anderen vielleicht an diesem Smartphone nicht gefallen dürfte, ist der Kamerabuckel. Denn ja, der ist ein bisschen extravagant, aber wir dürfen auch nicht vergessen, andere Hersteller haben auch ihr eigenes Design. Und so bleibt es am Ende eine Frage der Ästhetik. Und die ist ja für jeden unterschiedlich. Also ihr solltet euch definitiv mal das Honor anschauen. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle, das gilt es auch noch zu erwähnen, ist vielleicht die Update-Politik. Die ist hier noch nicht top. Aber ich vertraue stark darauf, dass man hier nochmal nachlegt und die Kunden dahingehend zufrieden stellt. Also für circa 800 Euro habt ihr ein absolut tolles, gelungenes Smartphone. Übrigens, hast du andere Vorschläge, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Teil deine Vorschläge für ein besseres Smartphone gerne unten in die Kommentare. Die Community profitiert davon und apropos Community, den Live-Podcast, den gibt es hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Donnerstag, 21 Uhr, sei live mit dabei oder höre das Ganze später im Real-Life in deinem Podcatcher oder hier auf meinem YouTube-Kanal. Und weiter geht's mit den nächsten Smartphones. Das nächste Smartphone ist eigentlich sehr nah dran am S24 Ultra, da es hier eine sehr große Überschneidung gibt. Da es nicht das S23 Ultra gewesen ist und ich gerade in Richtung KI abziele, Na, habt ihr es erraten? Richtig, das Google Pixel 8 Pro. Für circa 1000 Euro bekommt ihr hier ein Smartphone, das eigentlich alle KI-Features im Bereich der Fotobearbeitung besitzt, die auch das S24 Ultra hat. Dazu kommt auch Dinge wie die Live-Translation. All das sind Dinge, die ihr schon im Google Pixel 8 Pro bekommt und das Smartphone gibt es ja schon ein bisschen länger. Wermutstropfen am Pixel 8 Pro ist für mich immer noch der Prozessor, der nicht die beste Performance hat. Aber, und da könnt ihr viele andere YouTube-Kollegen auch fragen, das Smartphone passt sich an euch und euer Nutzerverhalten an. Das hat den großen Vorteil, dass die Akkulaufzeit definitiv länger wird, je länger ihr dieses Smartphone nutzt. Was mich aber auch an Google Pixel überzeugt hat, ist das Display. Denn es ist ein flaches Display und es hat eine extrem gute Strahlkraft und liefert darüber hinaus dieses OLED-Display. Also ich muss sagen, Google, das war vielleicht euer bester Wurf bis hierhin. Problem war an der Stelle immer noch der Preis. Der ist bis jetzt schon ein bisschen gedroppt, also ihr könnt da wirklich was sparen. Und habt eigentlich sehr viele Parallelen zum S24 Ultra. Das nächste Smartphone dürfte euch vielleicht so ein bisschen triggern. Ich mache es trotzdem, weil es manchmal auch ein bisschen Spaß macht, euch zu provozieren. Schreibt eure Kommentare gerne dazu unter dieses Video. Denn das iPhone 15 Pro Max. Ja, ich habe es schon öfters gehört, ihr stellt mich als Apple-Fanboy hin. Nein, absolut nicht. Auch ich kritisiere dieses Smartphone da, wo es nötig ist. Ich nutze es allerdings, um die Aufnahmen hier auf meinem YouTube-Kanal zu machen, weil der Videomodus immer noch am besten ist. Und somit eignet sich das iPhone 15 Pro Max natürlich für diejenigen, die sagen, okay, sie möchten gerne Content kreieren. Sie möchten ein Betriebssystem, das einfach einfach ist. Und darüber hinaus gibt es auch hier den 5-fach optischen Zoom, der ja auch im S24 Ultra mit dabei ist. Von der Größe ist es so einen Tick kleiner im direkten Vergleich. Beide Smartphones haben ja diesen Titan-Rahmen. So bewirbt man das zumindest. Beziehungsweise auch hier, glaube ich, kann man das Ganze nicht immer so richtig glauben. Schieben wir das auf Seite. Trotzdem, wer ein iPhone kauft, der weiß, was er bekommt. Der muss dafür aber auch gutes Geld auf den Tisch legen. Für circa 1.400 Euro habt ihr mit dem iPhone 15 Pro Max definitiv ein Top-Smartphone, das offiziell zwar nicht diese 7 Jahre Update-Garantien bekommt, wie es das Google Pixel 8 Pro hat oder auch jetzt das S24 Ultra. Trotzdem, die iPhones könnt ihr eigentlich genauso lange nutzen. Also runtergerechnet, ja. Ansonsten, wie gesagt, man muss sich entscheiden. Möchte man im Android- oder im iOS-Bereich sein? Denn das ist mitunter eigentlich der größte Unterschied zwischen diesen beiden Smartphones. Also, ich finde, dieses Smartphone darf man definitiv anführen, auch wenn es euch triggern wird. Die nächsten drei Smartphones sind alle Import-Geräte. Deshalb eine wichtige Info vorweg. Bei diesem Smartphone funktioniert nicht Android Auto. Ihr könnt aber dafür ganz normal den Play Store nutzen. Könnt dieses Smartphone eigentlich von umfänglich nutzen. Band 20 müsst ihr für euer Smartphone dann jeweils abchecken. Also diese 4G-Technologie. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, schaut gerne bei Trading Jensen vorbei. Dort gibt es diesen Assistenten, geht alles Stück für Stück durch und schon erfahrt ihr, ob dieses Smartphone eure Bedürfnisse abdeckt. Aber diese Import-Geräte haben eigentlich keinen Grund, in den Verruf zu geraten. Denn ein Beispiel dafür ist das OnePlus 12. Hier auf meinem YouTube-Kanal getestet und im Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich der absolute Kracher. Zurzeit für 682 Euro bekommt ihr das vielleicht dann beste Smartphone. Denn helles Display, schnellen Prozessor, eine Kamera, die echt aufgeholt hat. Wenn nicht sogar in manchen Bereichen noch besser ist. Einen schönen optischen Zoom. Ihr habt einen extrem großen Akku. Also ich frage mich manchmal, was möchtet ihr noch mehr? Dazu liegt dieses Smartphone echt gut in der Handlung. Ich bin wirklich begeistert. Deshalb wäre das für mich so der eben Champion. Wenn ihr sagt, hey nein, obwohl ihr das Ganze jetzt auf Deutsch bekommen könnt mit der Global ROM, nein, ist mir zu unsicher. Bei Amazon geht es jetzt bald los, dann könnt ihr dort die Geräte auch bekommen. Zahlt aber definitiv mehr als für den Import hier an der Stelle. Alle Fragen stellst du gerne bei Trading Jensen direkt, denn dort bekommt ihr die Unterstützung, die ihr braucht. Für 817 Euro habt ihr dann jetzt ein Smartphone, das im Vergleich zum Vorgänger nicht den großen Sprung gemacht hat, aber an der richtigen Stellschraube gedreht hat. Denn man hat viel von der Hardware übernommen und hat sie dann nochmal optimiert. Die Rede ist von Vivo X100 Pro. Das Vivo X90 Pro Plus hat schon gerockt und auch die 80er Serie war echt toll. Aber man hat jetzt in der 100er Serie den Sensor beibehalten und das führt zu einer echt tollen Fotokwalität, da man jetzt an der Software geschraubt hat. Trotzdem ein helleres Display, einen schnelleren Prozessor, den Akku größer gemacht. Für mich ist und bleibt dieses Smartphone eigentlich auch einer dieser Hidden Champion, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, da man diese Geräte leider importieren muss. Und nochmal, für 817 Euro zahlt ihr vielleicht was knapp mehr als die Hälfte des S24 Ultra und bekommt meiner Meinung nach nochmal mehr Leistung. Und das letzte Smartphone kommt von einem Hersteller, den es leider so auch nicht mehr gibt. Dieses Smartphone bekommt gerade auch meinen Langzeittest. Trotzdem gibt es dazu schon ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Die Rede ist von Oppo Find X7 Ultra. Mit gleich zwei Periskop-Kameras hat man das, was man irgendwie bei Samsung gestrichen hat. Dazu einen tollen Prozessor, ein super geiles Display, einen extrem großen Akku, eine sehr hochwertige Verarbeitung der Rückseite. Irgendwie so gefühlt alles das, was man haben möchte. Also von daher bekommt ihr auch hier ein echt tolles Smartphone. Dafür müsst ihr aber schon nochmal ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Aber man hat echt nochmal nachgearbeitet bei Oppo, obwohl sie bereits auf einem hohen Level gewesen sind. Ihr merkt, es gibt so viel gute Konkurrenz zum S24 Ultra. Aber ich möchte es nicht verschreien. Das S24 Ultra ist ein echt tolles Smartphone. Denn ihr habt sieben Jahre Update-Garantien. Man macht mit der künstlichen Intelligenz so viel richtig. Das Smartphone fühlt sich nochmal besser an als der Vorgänger. Keine abgerundeten Kanten. Also man hat da wirklich viel gemacht. Und es geht nicht darum, dieses Smartphone schlecht zu reden. Trotzdem lohnt es sich, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Welcher Favorit wäre denn jetzt für euch das Wichtigste oder Beste? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Nicht mehr gilt aber, bleibt fair, bleibt gesund, macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.